Am Rhein. Boah, was der Wind. Total windig, ey. Und kalt ohne. Heute ist der letzte Weihnachtstag 2017. 26. Dezember. Und es ist zwar sonnig, aber ein bisschen kalt. Ziemlich verheerend kalt sogar. Schöne Landschaft. Schöner Roy, der Wormsaroy. Schon ziemlich spät am Abend. Aufnahme ZTE Axon 7. Auf Full HD, nicht in 4K. Dann ist er braucht zu viel Speicherplatz. Full HD rangt. Full HD ist ziemlich ausreichend, finde ich. Das war's. Schöner Roy, der Wind Coast. Hier ist die Möglichkeit. voilà, ciao